In den heutigen Canon News geht es um das Filmware-Update von der 1TX Mark III und von der EOS R5. Die EOS R6 wird jetzt langsam ausgeliefert, das schauen wir uns auch kurz an. Es gibt Patente für neue RF-Objektive und wir schauen uns auch die EOS M-Reihe an, ob die jetzt wirklich am Aussterben ist oder vielleicht doch nicht. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Für alle, die neu im Kanal sind, mein Name ist Markus Florschutz, ich bin kreativer Portraitfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos und Videos zu steigern. Es ist wieder eine Woche vergangen, jetzt gibt es wieder einige Canon News und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Canon hat jetzt aktuell zwei Firmware-Updates veröffentlicht, und zwar für die 1TX Mark III und für die R5. Der Gordon Lang hat sich jetzt das Firmware-Update von der EOS R5 angeschaut, unter anderem gibt es da folgende Änderungen. Durch das Firmware-Update wird jetzt die Temperatur der Kamera öfter ausgelesen, was eine genauere Temperaturangabe zur Folge haben soll. Allerdings gibt es keine Änderung bei dem Temperatur-Limit. Das heißt, die Aufnahmezeit bzw. die Abkühlzeit wird sich nicht wirklich geändert haben dadurch. Gordon Lang hat festgestellt, dass er bei 4K 120 FPS mit der R5 22 30 Sekunden lange Clips aufnehmen kann, mit zwischenzeitiger 30 Sekunden langer Abkühlzeit. Durch das Firmware-Update soll sich jetzt diese Anzahl der Clips auf 96 Clips erhöhen. Also 96 Clips, die 30 Sekunden lang dauern, mit 30 Sekunden langer Cooldown-Zeit. Bei den zukünftigen Firmware-Updates von der EOS R5 soll sich Folgendes ändern, und zwar soll C-Log 3 dazukommen, es wird eine geringere Bitrate geben bei 8K Aufnahmen, es wird eine geringere Bitrate geben bei All-IPB-Aufnahmen und in Full HD soll es auch 119,88 FPS geben. Canon hat bestätigt, dass bei zukünftigen Firmware-Updates die R5 auch 8K Cinema Raw Lite bekommen soll. Wie immer findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zum Download-Bereich auf meiner Homepage, da könnt ihr euch kostenlos die Firmware-Version runterladen. Ah ja, und übrigens, falls ihr auch Fotografen mit Ehre seid, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Okay, weiter geht's. Es gibt jetzt so viele neue Informationen zu der EOS R5, dass total auf die EOS R6 vergessen wird. Dabei ist geplant, dass von der EOS R6 viel mehr Stückzahlen verkauft werden als von der R5. Aktuell ist es so, dass Ende August angefangen wird, die R6 auszuliefern. Die Händler geben nicht bekannt, welche Stückzahlen sie bekommen haben, aber die Lieferungen starten ab jetzt. Die neue EOS M wird vermutlich nicht die M50 sein, dafür passt der Preis und die Spezifikationen nicht. Also vermutlich wird es eine EOS M7 werden, mit 32 Megapixel APS-C-Sensor und IBIS. 12 Serienbilder pro Sekunde, 4K bis 60 FPS und C-Log. Und es schaut so aus, als ob Canon Anfang 2021 die EOS M-Reihe auflassen wird. Das heißt, es wird weder Bodies noch Objektive geben. Das wird dann vermutlich in die EOS R-Serie übergehen, weil da soll ja auch eine höherwertigere APS-C-Kamera kommen. Canon Rumors hat diese Informationen allerdings anonym bekommen und die konnten das auch noch nicht bestätigen lassen. Also wer weiß, wie es zukünftig mit der EOS M-Reihe wirklich weitergeht. Beim RF-Objektiv, 600mm Blende 11, spricht Canon davon, dass die Bildqualität besser als die Realität sein soll. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem 100-500mm, was sogar noch offenblendig ist, dann schneidet das gar nicht mal so gut ab. Also wenn ihr vorhabt, euch das 600mm mit der Blende 11 zu kaufen, schaut vorher, ob die Bildqualität wirklich dem entspricht, was ihr haben wollt. Canon arbeitet weiterhin an lichtstarken Festbrennweiten für den RF-Anschluss. Unter anderem ein 50-1.4, 50-1.8, 85-1.4, 85-1.8. Bei Adorama ist jetzt eine limitierte Stückzahl vom neuen RF-Objektiv, 100-500mm, Blende 4.5-7.1 LIS verfügbar. Nachdem es bei Canon Images jetzt Probleme gab mit dem Heckangriff und so, kann ich verstehen, dass manche Fotografen jetzt das Vertrauen ein bisschen verloren haben. Und zwar hat sich Google jetzt dazu entschlossen, da ein bisschen mitzuhelfen. Ausgewählte Canon Kameras können jetzt ein Auto-Backup in die Google Cloud machen. Damit ihr das Service nutzen könnt, müsst ihr eine Kamera haben, die das unterstützt. Ihr müsst Google One Mitglied sein und ihr müsst das App haben. Für neue Mitglieder gibt es jetzt einen Monat lang 100 GB kostenlos, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Es gibt jetzt erste Bilder von der Cinema EOS C70. So wird das Ganze ausschauen und das offizielle Ankündigungsdatum wird am 24. September 2020 sein. Falls ihr meine anderen Videos noch nicht kennt, schaut euch die auf alle Fälle an. Ich verlinke euch die in der Endcard. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich! Bis neulich!